Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ha 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 ha! Hallo und ich frage direkt, aber warum sind Drachen so cool oder so beliebt? Ich meine, ich habe nichts gegen diese fiktiven Viecher, tolle Wortkombination, aber ich habe es nie so richtig verstanden, was jetzt an denen so toll sein soll. Ich, Johannes, bin großer Fan von Drachen, weil eigentlich sind Drachen durch Dinos nur noch krasser, denn sie können fliegen und Feuer speien. Okay, ich verbinde mit Drachen halt so Sachen wie Dragonheart für meine Kindheit und Poldi aus Hallo Spencer, aber ich habe, wie gesagt, das sind schon eindrucksvolle Gestalten, wenn man sie richtig in Szene setzt. Aber so dieser Drachentrend der letzten Jahre, der ja durch Game of Thrones oder Drachen zähmleichtgemacht ausgelöst wurde, konnte ich nie so richtig mitgehen. Ach pa, Game of Thrones, Drachen zähmleichtgemacht. Ich fand Drachen schon cool, bevor es das beides gab. Ich hatte in meiner Kindheit so ein fiktives Sachbuch, wo ein Abenteurer quasi so tagebuchmäßig beschreibt, dass er eine Weltreise gemacht hat und überall auf der Erde unterschiedliche Drachenarten gefunden hat. Das war richtig cool. Okay, das klingt auch interessant. Ich mag solche fiktiven Sachbücher, nenn ich es mal. Ich finde die immer sehr, sehr spannend. Es war auch richtig aufwendig gestaltet. Da waren dann natürlich auch bei unterschiedlichen Drachenarten immer so ein kleines Feld, wo man so die Fake-Schuppen quasi fühlen konnte. Da waren da so unterschiedliche Texturen. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Vielleicht muss ich mir das mal wieder kaufen, einfach um mich darüber zu freuen. Ob es das noch gibt? Müsste ich mal gucken. Ja, also klingt auf jeden Fall interessant. Interessanter als so manch anderer Drachen-Content, sag ich mal. Genau, wir kommen jetzt zu Dragon Keeper, der seit dem 24. Oktober in den deutschen Kinos gestartet ist. Ein Animationsfilm, also quasi Konkurrenz zu Der wilde Roboter und Transformers One. Du, bevor wir darum kommen, ob das Konkurrenz sitzt. Ich mag deinen Humor. Ich mag deinen Humor. Worum geht's? Also ich werde jetzt einfach mal die offizielle Synopsis des deutschen Verleihs Legionine vorlesen. Das weisen Mädchen Ping lebt in einem abgelegenen Palast am Rande des kaiserlichen Königreichs im alten China. Der Palast wird regiert von einem skrupellosen Stadthalter, der seine Pflichten als kaiserlicher Drachenhüter vernachlässigt. Am Ende bleibt nur noch der alte und weise Drache Long Danzi übrig. Sein Schicksal scheint besiegelt, bis Ping ihm einen Moment verblüffender Tapferkeit zur Hilfe kommt und sich ihre Bestimmung als Drachenhüterin offenbart. Verfolgt von den Truppen des Kaisers und dem bösen Zauberer, begeben sich Ping, Long Danzi und eine kleine Ratte namens Hua auf eine bemerkenswerte Reise quer durch das Königreich. Auf dem Weg zum Ozean tragen sie einen faszinierenden, wunderschönen Drachenstein bei sich, der um jeden Preis beschützt werden muss. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oh, das klingt doch nach einem ganz zauberhaften Abenteuer. Aber wir sind ja zwei zynische, noch nicht ganz so alte Männer und wir sind natürlich super oberflächlich. Und bei Animationen ist die Oberfläche super wichtig. Stu, was sagst du denn zu dem Look von diesem Film? Ja, er ist zweckmäßig, so würde ich ihn beschreiben. Ich finde, er sieht nicht so schlimm aus wie andere Animationsfilme, die irgendwie auf dem Weg zur Krabbelkiste doch noch ins Kino gekommen sind. Aber du hast ja schon gerade eben der wilde Roboter angemerkt, der eine ganz eigene Ästhetik hat, die sehr künstlerisch ist, aber dennoch sehr angenehm. Und in diese Kategorie fällt Dragon Keeper meines Erachtens gar nicht. Ich möchte nicht sagen, dass der besonders schlecht aussieht. Da fehlt mir auch ehrlicherweise auch die Kompetenz, um das zu beurteilen. Ich würde ihn nicht als hässlich verurteilen, aber er ist optisch schon sehr schmucklos. So würde ich es vielleicht am besten bezeichnen. Und was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese Woche mir auch nochmal der gestiefelte Kater Der letzte Wunsch angeguckt, was ja auch ein fantastischer Animationsfilm ist, der ganz toll aussieht. Und ich sage mal so, Dragon Keeper, ich verstehe ehrlich gesagt bei dem Look nicht, warum der in den Kinos ist. Also das sieht schon besser aus wie so, weiß ich nicht, 2000er Animationsfilme. Aber ich habe irgendwann mal in die Kung Fu Panda Serien reingeguckt. Also die Filme finde ich ganz großartig. Die sind auch sehr, sehr gut animiert. Aber die Serien, uiuiui, die sind dürftig. Ähnlich wie auch die erste Staffel der Clone Wars Serie. Und ich würde sagen, auf dem Niveau ist dieser Film. Was echt schade ist, weil ich habe jetzt hier in Vorbereitung mir mal so ein paar ältere, nämlich ich meine, dass sie älter sind, Concepts Arts aus dem Film, also von dem Film mir jetzt angesehen. Und das sieht echt schick aus, wo ich mich frage, was ist denn da passiert? Ist das Geld ausgegangen? Haben die Produzenten gesagt, nee, lass mal besser den cleaneren Look machen, damit der Film auch ja nichts Eigenes hat? Ich weiß es nicht, aber also ich muss auch sagen, ich habe den auch wie du auf einer großen Leinwand gesehen. Und das wäre tatsächlich nicht notwendig gewesen. Nee, vor allem, also ich finde, das Budget ist ja eine Sache. Also ich finde, man merkt schon, es fehlt das Budget, um irgendwie mit Pixar oder Disney mitzuhalten. Aber das hätte man ja mit Stil irgendwie wettmachen können. Aber dieser Film sieht so austauschbar und langweilig aus. Also ich war wirklich schockiert, weil in der Theorie, das, was man sieht, es gibt diese beeindruckenden chinesischen Paläste, die wir alle aus den großen Wuschia-Filmen und so kennen. Aber das wird überhaupt nicht gut eingefangen. Das hat alles null Wirkung. Ja, also gehe ich komplett mit. Ich glaube aber, zumindest für mich, die Optik, der Look des Films gar nicht so sehr das größte Problem ist. Der sieht halt austauschbar aus. Aber ich finde halt, das größere Problem ist vielmehr, was er erzählt, beziehungsweise wie er es erzählt. Auf jeden Fall. Ich muss natürlich trotzdem noch kurz auf die titelgebenden Drachen eingehen. Also die waren ja richtig traurig. Also ich habe gedacht, ich sehe jetzt so, weil das wird auch so ein bisschen so angeteast vom Film am Anfang, dass das diese großen, mythischen, majestätischen Kreaturen sind. Und dann sehen wir so zwei, also das ist schon ein bisschen jämmerlich. Total. Und nicht nur das, was mich halt auch wirklich gestört hat, ist, sie reden ja auch mit Ping. Also gerade dieser Danzi, der letzten Drache. Was mich aber wirklich gestört hat, und das geht mir nicht nur bei dem Film so, ich mag es einfach nicht, wenn Kreaturen mit Menschen kommunizieren oder mit menschlichen Figuren, aber sie machen es nur um Geiste. Dass sie sich einfach nur ohne Mimik angucken und du hörst dann einfach im Off, was sie sagen. Das finde ich, ist immer so faul. Das zerstört irgendwie auch die Immersion und vor allem, es wirkt so unemotional. Also du hast halt da dieses kleine Mädchen, das dann irgendwie eine Mimik hat und die redet dann mit diesem Drachen und der Drache starrt sie einfach nur komplett starr an und erzählt dann aber irgendwie was für einen größten Leid oder so. Das funktioniert für mich wirklich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, die Hobbit-Filme kann man wegen ganz vielem kritisieren, aber die Performance, im wahrsten Sinne des Wortes von Benedict Cumberbatch als Smaug, die hat unglaublich viel Eindruck hinterlassen. Und hier ist der Film also so weit davon entfernt, wie es nur geht. Ja, also klar, der hatte wahrscheinlich das Budget, eines Smaugs einöde, aber wenn man mal das vergleicht mit diesem Dragonheart, der ja Ende der 90er rauskam, der jetzt vielleicht tricktechnisch auch nicht so gut gealtert ist, aber das hat immer noch was. Wenn da Dennis Quaid sich mit dem Drachen unterhält, das wirkt halt wirklich wie eine Konversation. Und hier hatte ich ja die ganze Zeit, okay, da ist ein kleines Mädchen und die könnte auch im Stein sich unterhalten. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, dann kommen wir mal zur Story. Weil, also, ich finde auf dem Papier, du hast die Story zusammengefasst, das bietet wirklich das Potenzial für so ein unterhaltsames Abenteuer. Die beiden Erlebende sind auf einer Reise und müssen dann dieses kleine Drachenei beschützen und dann gibt es Widersacher und Ui, das ist ja irgendwie, hat Tempo und kann Dynamik haben. Und dann ist das so ein, oh, der war so langweilig. Ja, also, er war nicht nur langweilig, ich fand ihn auch irgendwie sehr umständlich erzählt. Und vor allem hatte ich das Gefühl, also, ich weiß ja nicht, was in der Produktion passiert ist, dass sie so ein paar Sachen vielleicht relativ spontan entschieden haben. Denn dieser Oberbösewicht, ja, dieser Zauberer, der enthüllt sich ja quasi so als Bösewicht so mitten im Film. Davor dachte jemand, dass der Stadthalter vielleicht der Schurke ist und dann ist es aber doch nicht. Dann hast du auch noch andere Figuren, die zumindest aus meiner Perspektive eingeführt werden oder einfach so einen Stellenwert haben, dass du das Gefühl hast, okay, die müssen auch irgendwie wichtig sein, zum Beispiel dieser eine tapfere Soldat, ja, aber da weiß der Film auch nicht, was er damit anfangen soll und nimmt die halt immer mal munter aus dem Film rein und wieder raus. Also, das war ein, ja, doch umständlich erzählter Film. Sehr umständlich erzählt sogar. Ja, das ist ganz unruhend, das ist ganz komisch. Und auch die Figuren, also, man kann hier gar nicht von Charakteren reden, weil, also, der tapfere Soldat, das sind die einzigen Eigenschaften, die dieser Typ hat. Und das gilt für alle Figuren, außer vielleicht von Ping und dem Drachen, auch wenn man sagen muss, mehr als sie ist das aufgeweckte Mädchen und er ist der alte letzte Drache, mehr Charakter haben die eigentlich auch nicht. Und auch dieser Stadthalter, der ist so, ich finde, also, ich finde es schon gut, dass man auch irgendwie Antagonisten hassen darf. Und das bietet der Film mir an, aber ich finde die nicht faszinierend. Also, ich meine, jetzt können wir doch mal auf Game of Thrones hinweisen, Cersei haben wir auch alle gehasst, aber auf die gute Weise. Also, vielleicht war ich auch Team Cersei immer. Ja, vor allem, ich meine, das ist jetzt natürlich unfair, so was zu vergleichen, aber bei Cersei war dir auch immer die Motivation klar. Also, dieser Bösewicht, der ja durchaus, also, er hat ein paar nette Facetten, sage ich mal. Zum Beispiel, dass er Bier, Insekten benutzt. Aber auch das ist so eine Sache, das kommt aus dem Nichts, das musst du doch nicht vorbereiten, so eine Idee. Aber nein, das wird einfach so gemacht, zack, und dann, ja, ist jetzt einfach so, fertig. Und ich habe die Motivation, das ist ein klassischer Bösewicht, die Motivation ist halt, er möchte irgendwie, was ich, Macht haben oder Kraft oder der Geilste sein, was weiß ich. Ich muss auch sagen, als es dann dazu kam, dass seine Motivation enthüllt wurde, war ich schon so in dem, ja, in der Phase eines schlechten Films, wo ich dachte, es ist mir gerade alles vorbei, ich warte jetzt nur noch hier, bis der Abspann kommt, ich möchte nach Hause. Ja, voll. Und dann wird auf einmal noch der König eingeführt und der Sohn vom König, der ungefähr, also, dieser Sohn vom König, der hat so seelenlose, leere Augen, der sah gruselig aus. Ich fand das, also, um nochmal auf diese furchtbare Optik hinzukommen, boah, das war wirklich, und dann gibt es ja auch Action-Szenen, die einfach überhaupt keinen Punch haben, weil das Sound-Design ist ein Desaster. Das wirkte so, als hätten die das durch so eine Socke abgespielt. Hm, ja. Ging es dir, ich muss nochmal auf den Königssohn zu sprechen kommen, ging es dir da auch so, weil der wird eingeführt, und wie hast du schon gesagt, relativ, relativ, erst so am Schluss, ich würde sagen, so im letzten Viertel des Films, und ich dachte, okay, das scheint ein Guter zu sein, ja, der vielleicht auch Ping irgendwie hilft. Und aus dem Nichts wechselt der so seine charakterliche Stimmung, sag ich mal, und der wird dann zu so einem, ja, zu so einem verzogenen Balk. Das, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist auch wie so ein Indikator, wo ich das Gefühl habe, dass da irgendwie in der Produktion vielleicht höh oder hot einiges überworfen worden ist. Ja, es wird halt auch gar nichts erklärt. Also, das könnte ja positiv sein, ne? Wir alle wollen keine Exposition-Dumps und sowas, sondern wir wollen selber denken. Aber hier, du hast es schon gesagt, es kommt hier alles aus dem Nichts, und es wirkt wirklich so, also bei Animationsfilmen gibt es ja nicht wirklich quasi Szenen, die man rausschneidet, sondern, ne, das, also, das überlegt man sich dann ja vorher und dann werden die erst animiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier einfach ganz viel fehlt. Das kann auch sein, dass es für uns als westliches Publikum ein Ding ist. Gleichzeitig muss man sagen, das ist ja auch eine spanische Koproduktion. Also, irgendwie ist das ja schon mit drin. Aber es wirkte ganz viel, auch dieser Diener von dem Schurken, da wird das noch so ein bisschen aufgemacht, aber auch nicht wirklich warum. Also, es gibt dann so eine Szene, wo er, oh nein, ich muss das machen. Nein, ich kann da mal nicht. Oh, ich muss das machen. Ah, nee, es geht nicht. Aber sonst, ja, voll. Das ist einfach kein guter Film, ne? Nee, vor allem, das ärgert mich so, weil ich bin so Fan von so chinesischer Mythologie und auf dem Papier ist das alles da. Es gibt diese tollen, es gibt Drachen, es gibt das sympathische Mädchen. Also, eigentlich ist das so eine typische, wirklich Figur, wie aus so einem schönen Pixar-Disney-Film, also mit der man irgendwie relaten kann, die in diese Welt hineingeworfen wird, dann hat sie natürlich noch ein besonderes Schicksal, wie es sonst immer so ist und dann kommt da sowas raus. Ich habe mich wirklich geärgert. Also, ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie der schlechteste Film bis Jahres und so, da gibt es andere, wo ich noch wütender war, aber hier habe ich die ganze Zeit gedacht, das hätte alles so cool sein können. Ja, was ich vor allem, also wirklich lustig finde, du hast ja erzählt, dass du den halt jetzt ganz normal im Kino geguckt hast, einer Nachmittagsvorstellung, Freitagnachmittag, nee, Donnerstagnachmittag, 15 Uhr. Und, lieber Johannes, erzähle den Hörern doch mal da draußen, wie viele Leute waren mit dir im Kino und wie viele Kinder waren da? Ja, das war sehr lustig. Ich bin, genau, ins Kino gekommen und ich habe mich in den Kinosaal gesetzt und gedacht, okay, ist noch niemand da, aber ich war auch 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn da. Dann fingen die Trailer an und, also, und die Werbung und die Trailer, niemand kam rein. Kurz bevor dann der Film begann, hat dann kurz noch eine Mitarbeiterin vom Kino kurz reingeguckt, sitzt hier überhaupt jemand? Müssen wir den Film zeigen? Und dann habe ich ganz alleine den Film geguckt. Okay. Ja, ich habe ihn tatsächlich im Screening geguckt, wo auch Kinder anwesend waren. Das waren nur zwei Stück. Aber die saßen direkt vor mir und ich kann dir so viel sagen, wenn ich die Reaktionen richtig gedeutet habe, waren die auch nicht so angetan. Also Kinder haben natürlich eine, ja eine andere Herangehensweise an solche Filme, ist klar. Und für die war es vielleicht nicht ganz so schlimm und öde, wie für uns beide. Aber wenn ich das mit anderen, ja, Vorstellungen vergleiche mit anderen Filmen, da waren die wirklich nicht besonders investiert und sie waren auch nach der Vorstellung eigentlich gar nicht so sehr begeistert und wollten tatsächlich relativ schnell wieder nach Hause. Also das spricht auch nicht gerade für diesen Film. Es sind ja auch, also natürlich sind da Gags drin, das ist ja typisch für so einen Animationsfilm, der auch für ein Juniors-Publikum ist, aber es sind auch, es sind die einfachsten Gags. Also das ist so platt und einfach, also das Highlight, wo ich aber auch eher die Augen rollt habe, aber das einzig Kreative ist, ich wusste gar nicht, dass es eine Ratte ist, ich habe es irgendwie immer für einen Hamster gehalten. Ich auch, ja. Der kotzt einmal. Und das war ungefähr das Lustigste im Film und ich fand es nicht lustig. Ich fand es auch nicht lustig, aber da dachte ich mir so, okay, das ist das so, das ist das Einzige an Eigenheit, nächstes Mal, was ich jetzt irgendwie aus dem Film mitnehme, weil, ähm, hast du diesen Deep Sea gesehen? Ja, natürlich. Dieser Spiel ist ja ein, was wird zum letzten Jahr. Großartig. Siehst du mal, den fand ich ja ganz furchtbar, aber der hatte halt auch so Eigenheiten, also wenn in Deep Sea, der wurde auch mal gespuckt, ja, da die, wie, das, das waren so, so Kleinigkeiten, die du halt in westlichen Animationsfilmen nicht findest. Also, nimm mir einen Pixar-Film, wo du jemanden spucken siehst oder, oder jemanden sich übergeben siehst. Und das war die eine Nuance in Dragon Keeper, wo ich wirklich dachte, okay, cool, das hab ich so noch nicht gesehen, das wirkt einfach mal ein bisschen nach was anderem. Alles andere ist halt wirklich, ja, mehr so Richtung Grabbeltisch, ich sag's nochmal. Ja, Deep Sea hat sich wirklich getraut, hässlich zu sein. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist stellenweise visuell, also, der ist unglaublich beeindruckend animiert, aber der traut sich so von der, von der Ästhetik her, hässlich und abstoßend zu sein. Das ist super, super interessant und dieser Film traut sich wirklich einfach gar nichts. Also, da ist wirklich nichts drin, wo ich sagen würde, das rechtfertigt auf gar keinen Fall einen Kinobesuch, aber, also, ich musste, ich musste mich schon sehr zusammenreißen, dass ich sitzen geblieben bin. Ich hab auch, glaube ich, gefühlt das erste Mal, weil ich ja allein im Kino war, hab ich mal nach einer halben Stunde aufs Handy geguckt, wie lange geht das noch? Und ich war schockiert, wie lange das noch gehen wird. Ja, womit ich übrigens auch noch ein Problem habe, das würde ich genau noch ansprechen, du hast ja gesagt, sie hat dieses Schicksal, aber mich nervt diese Schicksalsgeschichten immer, weil letztlich bleibt sie ja doch irgendwie auch eine Art Sklavin, oder? Meine, wir lernen sie kennen, die hat kaum Rechte, sie buckelt sich krumm mit dieser alten Frau für diesen Stadthalter, um die Drachen da zu versorgen und am Ende ist sie halt quasi frei, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich das Gefühl hätte, dass sich Ping wirklich frei entwickelt hat. Das ist schon so ein bisschen halt, ja, das Schicksal muss erfüllt werden. Ich bin da irgendwie nicht so der große Fan von. Nee, vor allem, ich hätte, also positiv hätte man wirklich daraus so eine, so eine Befreiungsstory machen können, sie erhebt sich quasi gegen die oppressive Herrschaft, aber das findet überhaupt nicht statt und dann ist es natürlich die Auserwählte, das heißt, jedes andere Sklavenmädchen, dem wäre das nicht passiert, sondern ist es die eine, also das ist halt auch so schade, also in The Last Jedi geht es ja genau darum, dass jeder und jede quasi das sein kann und es gibt nicht die einen Auserwählten, aber hier ist es wirklich, natürlich muss sie es sein. Ja, es ist, halt irgendwie auch öde, also, ja, ich habe das Wort öde, glaube ich, jetzt in diesem Podcast schon arg überstrapaziert, aber was soll ich sonst noch sagen, Drachenzähm schwer gemacht, ich weiß es nicht. Ja, dann, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, aber wir können ja noch mal in ein paar Sätzen unser Fazit formulieren, Stu. Ja, ist, glaube ich, neben der wilde Roboter der beste Animationsfilm, nein, Quatsch, das ist halt nichts, dieser Film, also, der sieht, äh, absolut, ja, inspirationslos aus, der ist unglaublich schlecht erzählt, also wirklich unglaublich schlecht erzählt, der ist komplett uneben und von den Figuren her auch wirklich, ich sage es noch mal, öde, und wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, dann geht mit denen in der wilde Roboter, aber bitte nicht in Dragon Keeper, das ist wirklich ein Film, der a, die Leinwand nicht braucht und b, einfach nur scheiße ist, jetzt habe ich es gesagt, Punkt. Ja, mehr kann ich da nicht wirklich hinzufügen, das ist, würde ich sagen, der, ja, also ähnlich wie Eragon, das war auch so ein Drachenunfall, also, Drachenhamster im Kino vielleicht nicht so gut, außer, also, ne, ihr könnt natürlich viel, viel besser euch einfach Raya und der letzte Drache angucken, der ja da, äh, während, ne, ich glaube, mit Corona so ein bisschen untergegangen ist, aber das ist wirklich ein schöner Animationsfilm, ich fände es auch nicht ein Meisterwerk, aber das ist einfach ein sehr schöner, runder, toller Animationsfilm, den man sich angucken kann, der Charme hat, der gut aussieht, der sympathische Figuren hat und all das hat Dragon Keeper nicht. Punkt. Genau, und, äh, den Podcast, wir wollen euch jetzt mit diesem Film auch nicht überstrapazieren, theoretisch könnt ihr seit dem 24. Oktober in die Kinos gehen, entscheidet, ob ihr es machen wollt. Wie schön, du hast gesagt, das ist theoretisch. Was ihr aber praktisch tun solltet, äh, hört noch weitere Folgen vom Tele-Stammtisch, gebt uns gerne Bewertungen, kommentiert den Podcast, kommt auf unsere Website und kommt vor allem auf unseren Discord-Server und haut da mal bessere Filme mit Drachen raus als Dragon Keeper, weil da gibt es garantiert ne Menge. Stu, vielen Dank für die Besprechung. Ich hab zu danken und, Edim, ich wünsche euch noch einen, ja, was wünsche ich euch denn? Besseren Drachenfilmen in Zukunft, das wünsche ich euch. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.